In unserer Rubrik Gesucht und Gefunden hatten wir letzten Monat in der Vermittlung Felice, diese kleine, süße Pinscher-Dame. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Und heute wurde Felice vermittelt, und zwar an Merle plus Katharina plus Nicola. Ja, Mama hat natürlich dafür gesorgt, das ist natürlich die Chefin in dem. Wie hast du Felice entdeckt? Ja, über das Internet, über das TierhandTV. Über das TierhandTV, und was war dann der nächste Schritt? Ja, dann sind wir hierher gekommen, wollten eigentlich nur mal eine Runde spazieren gehen. Ja, und dann haben wir uns verliebt. Und dann habt ihr euch tatsächlich verliebt, und jetzt? Das war vorgestern, und heute sind wir nochmal hier und haben beschlossen, sie mitzunehmen. Wir haben alles klar gemacht zu Hause, und jetzt freuen wir uns, dass wir die kleine einpacken können. Das ist natürlich ganz großartig, und die hat sich ja nun auch wirklich toll präsentiert bei der Vermittlung. Und was sagt ihr beiden, wie ist so eure Meinung dazu? Katharina, freust du dich schon auf? Ja, sehr. Ja? Ich freue mich schon sehr deutlich. Ist das so der Wunsch hier und für euch, Nicola? Ja, ist schon super. Ihr wolltet auch, ihr habtet auch wirklich vor, ein Pinscher, war das auch so diese Richtung? Ja, Hauptsache, also die Größe war entscheidend, so ein bisschen, ein bisschen drahtig, ein bisschen kernig, aber nicht so komplett verrückt wie ein Jack Russell. So eben ein Hund sein, mit dem man auch ein bisschen Spaß haben kann, und der einfach ins Haus und ins Familienkonzept passt, den man überall mit hinnehmen kann. Und da denke ich, ist sie genau richtig. Ich drücke euch, Tieramt TV und der Tierschutzverein Hannover, drückt euch dreien mit der Feliz zusammen, ganz doll die Daumen, dass das gut klappt. Und wie immer wird natürlich auch die Reihe fortgeführt, und es freut mich natürlich ganz besonders, dass es über Tieramt TV, die Vermittlung stattgefunden haben. Bis denn, tschüss.